Bevor das Video losgeht, möchte ich euch noch ganz kurz sagen, dass wir heute ab 17 Uhr auf twitch.tv slash Nickroll einen Star Stable Livestream machen werden. Wir werden natürlich unsere Drachenpferde leveln, die ich mir jetzt gleich kaufen werde und wir werden natürlich ganz viel Spaß haben. Wir treffen uns wie immer auf Server 2 Autumn Star, ihr müsst nicht unbedingt Twitch haben. Um dabei zu sein, klickt einfach ab 17 Uhr auf den Link in der Videobeschreibung. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Sandy und heute gibt es die Star Stable Update News vom 11. August 2021. 2021, es ist zwei, die beiden Drachenpferde sind im Spiel. Die Drachenpferde sind immer hier in Morland, also falls ihr euch gerade fragt, wo wir sind, wir sind bei Jespers altem Haus und da können natürlich auch nicht Star Rider hin. Das erste Pferd, das wir haben, ist Aldrach. Wow, oh mein Gott Leute, die Pferde sehen so unfassbar cool aus. Aldrach ist das rote Pferd ganz offensichtlich und dass das sehr, 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 sehr mutig ist. Es sind Friesen, somit können sie alles, was Friesen auch können, inklusive der Pirouette. Und sie kosten 950 Star Coins, kommen mit Stärke 1, Disziplin 1, Ausdauer 3 und Agilität 3 ins Spiel. Hier ist Farama und er kostet natürlich auch 950 Star Coins und beide Pferde bleiben drei Wochen im Spiel. Und wie gesagt, ihr müsst nicht ein Star Rider sein, ihr müsst nur 950 Star Coins haben. Und ich nehme an, dass nochmal Doppelstar Coins Wochenende kommen wird, in der Zeit, wo die Grazien da sind. Und die Drachenpferde sind aber nicht alles, was gekommen ist. Wir haben auch noch Hapandi. Er ist ein Lindenwurm. Ich glaube, es ist ein Manta Ray. Bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Aber die hatten wir ja schon mal gehabt. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich finde die beiden einfach nur wunderschön. Habt ihr gesehen, wie er gewunken hat? Oh mein Gott, der ist einfach nur mega. Und der zweite im Bunde ist Kolandi. Ich muss ganz klar sagen, ich glaube, mir gefällt der Grüne besser. Aber Kolandi ist auch mega süß. Sie kosten beide 400 Star Coins und bleiben auch drei Wochen. Natürlich genauso wie die Drachenpferde. Das ist aber noch nicht alles, Leute. Ich bin gerade bei der Reitarena angekommen. Die Reitarena ist nagelneu. Oh mein Gott, Leute. Jetzt Moment. Ich finde keinen guten Engel. Seht ihr das? Die Reithalle sieht komplett anders aus. Aber nicht nur von draußen, sondern auch von drinnen. Hier sehen wir den nagelneuen Eingang. Und wir gehen als allererstes mal auf diese Seite. Oh mein Gott. Das ist nicht unser Ernst. Das ist mega, mega, mega cool. Hier haben wir so eine Tafel, die wir bereits von Morland kennen. Wo wir verschiedene Requisiten reinpacken können. Hier zum Beispiel. Das sieht eher aus wie ein Trail. Oh mein Gott, was ich mega krass feiere. Wunderschön. Hier haben wir eine Tribüne, die mir auch richtig gut gefällt, Leute. Das sieht aus wie in einem echten Reitstall. Das sieht... Wow. Ich bin... Ich bin wirklich... Ich bin wirklich absolut sprachlos. Hier könnt ihr also jetzt einen Trail machen. Oder... Springen reiten. Oder was auch immer. Das sieht mir persönlich aus wie ein Trail. Wie ein Golden Series Trail zum Beispiel. Da die Stangen ein bisschen höher sind. Was ich mega, mega cool finde, wenn wir das Interface anmachen, können wir auch noch... Ich krieg's nicht hin. Ich... Ich muss erst mal stehen bleiben. Können wir natürlich alle Leute ausblenden. Außer die Reitclub-Mitglieder. Und wenn wir hier ganz hinter gehen, dann können wir tatsächlich die Mähne von unserem Pferd ändern. Also das kostet natürlich jedes Mal trotzdem 19 Star Coins. Aber wir können das in der Halle machen. Das ist so unfassbar cool, Leute. Ich find gar keine Worte. Wenn wir ein Stückchen weiter gehen, also hier entlang und man nicht komplett festhängt, wie ich gerade... Kann man auf seinen Schrank zugreifen. Das heißt, ihr könnt nicht nur die Mähnenstile von eurem Pferd ändern, sondern ihr könnt euch auch umziehen. Egal, ob ihr gerade irgendwie roleplayt oder mit eurem Reitclub irgendwas macht. Ihr könnt einfach komplett euch umziehen. Was ich richtig cool finde. Und wenn wir mal ganz kurz gucken. Hier sind Sättel und alles. Es sieht... Es sieht so genial aus, oder? Jetzt, Moment. Das Letzte, was wir machen können, ist hier. Ich nehme mal an, da kann man die Perspektive ändern. Ja, kann man. Oh mein Gott, wartet mal. Ich mach das mal ganz kurz aus. Und zwar, das ist die Perspektive 1, Perspektive 2, Perspektive 3 und Perspektive 4. Da haben wir quasi dann das Trail-Pattern, das wir jetzt hier gerade sehen. Oh mein Gott, Leute. Ich bin mega begeistert. Das ist so unfassbar cool. Ich hab noch nie gesehen, dass ein Trail aufgebaut wurde in SSO. Ich bin mega happy. Und wenn wir in die nächste Halle gehen, da können wir natürlich dann ganz normal die Rennen gehen, die wir sonst auch kennen. Die sind ein bisschen anders, was ich ehrlich gesagt richtig cool finde. Oder bilde ich mir das tatsächlich einfach nur ein, dass die Sprünge ein bisschen anders aussehen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich hätte gesagt, es sieht alles ein bisschen schöner aus, oder? Wir gehen jetzt mal ganz kurz das Rennen. Oh Gottes Willen, ich hab ein bisschen Lag. Wartet, jetzt geht's, glaube ich, ein bisschen besser. Das sieht richtig cool aus. Und hier hinten haben wir auch wieder die Tribüne, wo Leute zugucken können. Wow. Ich bin, ich bin absolut geflasht. Schreibt mir mal unbedingt in die Kommentare, wie findet ihr die neue Halle? Ich find sie wirklich gigantisch gut. Da hat sich SSO definitiv selbst übertroffen. Dann war's aber mit der Update-News von heute. Ich kaufe mir natürlich die Drachenpferde und auch die Pets. Das Video kommt im Laufe des Tages. Ab 17 Uhr streamen wir auf Twitch unter twitch.tv slash nickroll. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin mega krass überrascht, wie die Reithalle jetzt aussieht. Sie ist einfach nur perfekt. Oder schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Lasst ja sehr gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus.